Brandanschlag Auto des türkischen Konsulats in Stuttgart angezündet In der vergangenen Nacht ist mutmaßlich auf ein Auto des türkischen Konsulats in Stuttgart ein Brandanschlag verübt worden. Die Flammen griffen von dem geparkten Wagen auf weitere acht Fahrzeuge über, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auch die Fassade des Konsulats und die eines weiteren Gebäudes wurden durch Feuer und Hitze beschädigt. Die Polizei vermutet einen Brandanschlag, weil Zeugen zwei vermummte Personen vom Brandort vor dem türkischen Konsulat fliehen sahen. Ein Bekennerschreiben tauchte aber bisher nicht auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017